Für Englisch Subtitle klickt man die Subtitle-Button. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur Folge 67. Mein Intro-Tierchen heute ist ein Skinkorpus fasciatus, das ist eine neue Skinkart, kommt aus Westafrika, aus dem Niger, so die südliche Sahelzone. Die werden oder sind dieses Jahr mehr oder weniger das erste Mal importiert nach Europa, nach USA. Man kannte diesen Skink zwar, aber er war nie erhältlich, jetzt ist er erhältlich, wird eben aus Westafrika importiert. Wirklich hübsche, niedliche Tiere, sind überwiegend Vegetarier, beziehungsweise man kann sie mit Katzenfutter ernähren. Katzenfutter, Salat, Obst, die fressen eigentlich so ziemlich alles, was man denen gibt. Sind von Natur aus so lieb und brav, wie wir es jetzt hier sehen, sehen hübsch aus. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Skink-Fan, aber die, die finde ich schon cool und toll und super. Deswegen wollte ich sie euch zeigen. Wie gesagt, leider in Anführungsstrichen sind es noch Importtiere, da es einfach noch in der Terroristik noch gar keine Tiere gibt. Aber jetzt sind sie da, jetzt müssen wir sie züchten und in Zukunft, denke ich und hoffe ich, können wir die Terroristik dann mit Nachzuchten versorgen. Das Thema heute von ReptilTV ist die Häutung von Reptilien. Da wollen wir euch dieses Phänomen, was wir bei den Reptilien haben, genauer zeigen und erklären. Das wahnsinnig Faszinierende an den Reptilien ist ja dieser Häutungsvorgang. Ein Reptil häutet sich regelmäßig, sieht nach der Häutung wieder aus wie frisch aus dem Ei, will ich jetzt bald mal sagen. Also sieht wieder völlig perfekt aus, völlig frisch aus, die Farben rundum erneuert. Das ist diese Faszination dran, die Faszination, die wir als Terrarianer haben, aber ich würde sagen dieses Mythos an den Reptilien. Wo die Leute ja fast davon träumen, so diese ewige Jugend, man häutet sich und alles ist wieder perfekt. Alle Reptilien häuten sich, Schlangen, Echsen, Schildkröten. Wir fangen jetzt hier mit den Schlangen an und erklären euch Stück für Stück den Vorgang. Hier habe ich so die ersten Vorboten der Häutung sozusagen. Wenn wir das Tier jetzt anschauen, das ist insgesamt einfach nicht mehr so intensiv von den Farben her. Das Ganze wirkt ein bisschen matt so, wenn man es von oben anschaut. Also so ein Albino ist ja kräftig gelb leuchtend und das Ganze hat so einen leicht matten Schleier schon. Dann eben an den Augen sieht man auch schon langsam, die werden so leicht milchig, bisschen weiß und oft kann man es auch am Bauch ganz gut erkennen. Der Bauch wird ein bisschen so rötlich, hat ein wenig so einen rötlichen Schimmer. Daran kann man es auch gut erkennen, dass die Häutung bald ins Haus steht. Oder wenn man jetzt hier hinten so Kloake-Schwanzbereich guckt, da ist das Ganze auch schon ein bisschen so milchig, trüb. Daran kann man es zumindest als Insider oder als erfahrener Terrarianer ganz gut erkennen. Ein Einsteiger in der Terraristik, der wird sich hier noch nicht viel dabei denken oder der wird hier noch nicht viel dabei erkennen. Der wird das Tier ganz normal weiter pflegen oder der wird sich noch nichts groß dabei denken, wenn das Tier so aussieht. Hier haben wir Phase 2 der Häutung. Dieser Champagne hier ganz klar zu erkennen. Völlig trübe, weiß-bläuliche Augen oder weißlich-bläulich. Insgesamt alles trüb, keine Farben mehr, alles ein wenig Ton in Ton. Also dieses Tier hier gnadenlos in der Häutung. Wenn ihr euch jetzt blamieren wollt und zeigen wollt, dass ihr noch nie ein Buch gelesen habt oder dass ihr euch noch gar nicht auskennt, dann schickt eine Mail oder schreibt in ein Forum, was ist mit meiner Schlange los, die hat ganz blaue Augen. Also das ist so die klassische Häutungsphase, die man als Terrarianer natürlich kennt. Und in dem Fall lässt man das Tier im Prinzip in Ruhe und wird sich dann demnächst häuten. Hier habe ich jetzt für euch die Phase 3 der Häutung. Das Trickige sozusagen an dieser Häutungsphase ist, dass man es dem Tier eigentlich gar nicht mehr richtig ansieht. Die Farben sind wieder normal, das Tier hat kräftig schöne Farben, die Augen sind wieder klar. Und der Terrarianer-Einsteiger denkt sich, meine Schlange hat sich gehäutet, wo habe ich denn die Haut? Die Haut ist noch auf dem Tier drauf. Nach dieser Phase, nach diesen milchigen Augen, die wir gerade gesehen haben, so ein bis zwei Tage bevor sich das Tier wirklich häutet, werden die Augen wieder normal, die Farben werden auch wieder relativ normal. Und jetzt, in dem Fall vermutlich heute Nacht, wird sich das Tier häuten. Das kann ich euch jetzt auch noch genauer zeigen oder beweisen. Wenn ich jetzt hier so ein wenig rumkratze, lösen sich hier schon die ersten Stückchen Haut. Das ist so, wie gesagt, direkt im Prinzip ein Tag oder am Tag vor der Häutung, wo man dann schon hier ein wenig so Haut abpulen kann. Und am nächsten Tag oder am nächsten Morgen sieht es dann im Idealfall so aus. Hier die schön frisch gehäutete Schlange und im Terrarium liegt hier dieses Hautknäuel. Ich tue es mal ein wenig auseinanderpulen. Oft ist da noch ein bisschen Kot drin oder im Terrarium liegt Kot und auch Urin. Also die Schlangen halten normalerweise den Kot und Urin zurück bis nach der Häutung. Und wenn sie sich dann gehäutet haben, dann geht mit der Häutung oder nach der Häutung, entleeren die Tiere sich. Wie gesagt, manchmal hängt es dann auch in der Haut so halber mit drin. Das ist so der Idealfall. So muss es am nächsten Tag im Terrarium aussehen. Das ist hier wirklich ein langer Schlauch. Wenn ich das jetzt hier auseinanderdrösel, habe ich hier einmal die Haut der Schlange komplett. Dass ich hier eine weiße Schlange habe, also so ein Blue-Eye-Lucy, ist natürlich reiner Zufall, weil ich jetzt gerade so einen frisch gehäuteten Blue-Eye-Lucy gefunden habe. Die Schlange hat natürlich die gleiche Farbe nach der Häutung wie vor der Häutung. Also nicht, dass die hier ihr ganzes Muster weggehäutet hat, sondern die war vorher weiß und ist nachher weiß, weiß natürlich auch jeder Terrarianer. Dass das Ganze so perfekt klappt und so perfekt aussieht, also diese Haut ist jetzt wie ein umgestülpter Strumpf sozusagen. Also einmal von innen nach außen gekehrt, wenn ich jetzt hier noch weiter mache, dann kommt immer mehr raus. Also hier hinten ist der Schwanz, hier ist das Köpfchen. Das ist die ganze Schlangenhaut am Stück. Das Ganze klappt, wenn ihr zum einen ein gesundes Tier habt, da gehen wir davon aus, und zum anderen auch das perfekte Klima im Terrarium habt. Vor allem die Luftfeuchtigkeit spielt bei der Häutung eine mordsgroße Rolle, die muss passen, die muss stimmen. Ihr müsst besonders zur Häutungszeit schauen, dass ihr einigermaßen hohe Luftfeuchtigkeit habt, so gut es natürlich geht im Terrarium. Und vor allem die Schlange, also ganz wichtig, gerade in der Zeit, die braucht ein feuchtes Versteck, also ein Versteck mit Moos drin. Also nicht ein glitschen-nasses Versteck, sondern einfach ein feuchtes Versteck, wo im Versteck drin die Luftfeuchtigkeit noch höher ist durch dieses feuchte Moos, was ihr da reinmacht. Dann funktioniert das auch richtig gut. Werden die Tiere zu trocken gehalten? Ist insgesamt das Klima im Terrarium zu trocken oder hat das Tier kein gescheites Versteck und vor allem kein feuchtes Versteck? Dann klappt die Häutung nicht so schön wie hier und ihr habt eine in Fetzen gehäutete Schlange. Wenn das Ganze nicht optimal geklappt hat, so wie hier in diesem Fall, dann sind da Häutungsrechte an dem Tier. In dem Fall am Kopf, das ist besonders blöd oder kontraproduktiv sozusagen. Zum Teil sind es dann am Körper Häutungsrechte. Manche Tiere oder im ganz extremen Fall ist das ganze Tier von Kopf bis Fuß noch in der Haut drin. Also so ein Tier habe ich leider nicht hier oder habe ich zum Glück nicht hier. Also kann ich euch nicht zeigen, aber ihr könnt es euch vorstellen. So wie es hier jetzt am Kopf aussieht, diese alte trockene Haut ist dann mehr oder weniger am ganzen Körper. Da müsst ihr definitiv eingreifen, das sieht auch fast ein Blinder, wenn diese Haut dran klebt. Das hat auch nichts mehr mit nach dem Motto, mein Tier ist in der Häutung und das schon seit einer Woche. Dieses Tier hat sich versucht zu häuten und hat es einfach nicht komplett geschafft. Dann müsst ihr helfen, da müsst ihr wirklich von Hand diese Haut abholen oder abmachen. Wenn ein Tier wie gerade beschrieben aussieht, alte Häutungsrechte drauf. Wie gesagt, dann müssen die weg. Bevor ich das so knochentrocken abkratze oder abrubbele, kann ich entweder das Tier baden. Das komplette Tier baden, entweder hier in so einer Wanne, bzw. die Wanne kann auch ein Stück größer sein. Oder alternativ, ich gehe hin und nehme so Ceva-Tücher, tue die in lauwarmes Wasser und tue die Ceva-Tücher aufs Tier drauf. Dann muss ich nicht das ganze Tier baden, sondern einfach so die einzelnen Stellen mit feuchtem Ceva so ca. 5 Minuten einweichen lassen oder einwirken lassen. Das feuchte Ceva, in der Regel halten die Schlangen da auch schön still. Ich kann es gerade mal zeigen oder machen. Also ich mache das Ceva nass, mache das bei dem Tier drauf. So viel zum Thema, hält still. Gerade wenn es so auf dem Körper ist oder so, dann kann ich das Ceva so drauflegen. Lass das paar Minuten dran und dann kann es losgehen, dass ich diese Haut vorsichtig entferne. Kurz noch ganz wichtig zu dem Wasser oder zu den ganzen Umständen. Das macht man natürlich mit wirklich sehr lauwarmem Wasser, also kein eiskaltes Wasser. Macht man auch nicht in einem Zimmer mit 18 Grad oder alle Fenster offen, Durchzug usw. Dann ist die Haut weg, aber die Lungenentzündung da. Das Ganze muss natürlich in einem gut klimatisierten Raum passieren. Das Wasser muss entsprechend warm sein und einfach darauf achten, dass hier die Schlange nicht auskühlt. Oder sowieso, wenn ich die Schlange nass mache oder wenn ich die bat. Oder dass ich die dann eine halbe Stunde bat und das Wasser ist mittlerweile eisekalt. Wie gesagt, dann habe ich auch nichts davon, wenn die Haut weg ist, aber die Lungenentzündung da ist. Wie gesagt, wir haben diese Haut jetzt aufgeweicht oder eingeweicht. Dann muss ich die vorsichtig abpulen, abmachen. Das Ganze natürlich von Kopf nach hinten. Also ich pool nicht gegen den Strich, sondern ich pool immer mit dem Strich. Und das Ganze lässt sich leider nicht vermeiden, dass ich da das Tier festhalten muss. Am besten man macht es zu zweit und dann gehe ich hier von vorne nach hinten, kann ich das so ganz gut weg machen. Und jetzt kommt wirklich die ganz wichtige Stelle, das sind die Augen. Ich muss wirklich gucken, dass die Haut am Auge gut weg geht. So wie hier. Wir sehen jetzt hier, das Auge häutet sich ja mit, das ist diese sogenannte Brille. Die muss unbedingt weg. Wenn ich die beim Tier nicht richtig weg mache, wenn die drauf bleibt, dann können sich da Bakterien bilden, kann es eine Entzündung geben und das Auge vom Tier kann geschädigt werden oder gar kaputt gehen. Also deswegen, die Augen sind mit das Wichtigste bei der Häutung. Die muss man gut häuten. In unserem Fall war ja die alte Haut hier oben auf dem Kopf nur drauf. Wenn jetzt ein Tier wirklich ganz schlecht gehäutet ist von vorne bis hinten, dann fängt es ja schon an der Schnauze vom Tier an. Und entsprechend müsst ihr auch an der Schnauze vorne anfangen. Das heißt, ihr müsst hier ans Oberlippenschild gehen vom Tier und müsst hier anfangen die Haut zu entfernen. Also schon hier am Oberkiefer, am Oberlippenschild, hier unten fängt die Haut an und man muss sie ablösen. Jetzt ist leider der Worst Case eingetreten, dass ich eben die Haut ungeschickt weggezogen habe und die Brille liegt noch auf dem Auge drauf. Die liegt da drauf wie so eine Kontaktlinse. Die muss da weg. Entweder muss ich es selber machen oder ich muss zum Tierarzt gehen. Mit einer gewissen Erfahrung könnt ihr das auch selber machen. Vielleicht besser wie das Tier hier stressen und spazieren zu fahren. Es gibt so Tricks, zum Beispiel mit einem Tesafilm draufkleben und vorsichtig abziehen oder ein Stück Klebeband. Unter Umständen mit einer Pinzette, wobei ich persönlich das mit der Pinzette nicht so richtig mag, weil durch das Metall hat man noch viel schneller was verletzt am Tier. Ich habe immer relativ lange gute Fingernägel. Ich probiere das immer mit dem Fingernagel vorsichtig abzumachen. Also ich muss jetzt einfach gucken, dass ich hier mit meinem Fingernagel ein wenig unter diese Kontaktlinse drunter komme. Ich kratze jetzt sozusagen vorsichtig in eine Richtung. Ich sehe hier auch den Anfang dieser Brille. Jetzt habe ich sie gleich. Also hier, ich hoffe man kann es sehen. Ich habe jetzt hier diese Brille in der Hand oder diese Linse, die so auf dem Auge lag. Also die muss weg. Die auch nicht drauf lassen und denken, irgendwann wird die mal weggehen. Die geht in der Regel nicht weg. Es gibt eine Entzündung am Auge vom Tier. Und die müsst ihr definitiv runterpulen. Die ganz klassische Frage, wie oft häutet sich eine Schlange oder ein Reptil? Lässt sich absolut nicht beantworten pauschal. Hat mit dem Alter, mit dem Wachstum, mit dem Fressen zu tun. Ein frisch geschlüpftes Baby-Jungtier, was wir vorher so gesehen haben. So ein junger Königspython oder Kornart oder so ein Jungtier an Schlange häutet sich alle vier Wochen, alle fünf Wochen. Umso größer ein Tier wird so ein großer Netzpython. Hier vielleicht noch alle drei bis vier Monate noch größere ältere Tiere. Vielleicht alle sechs, acht Monate sogar nur noch. Wie gesagt, je nachdem natürlich auch wie viel sie fressen. Fütter ich ein Tier intensiv, häutet sich öfters, weil es mehr wächst. Die Häutung ist ja mit dem Wachsen verbunden. Das ist ja klar, umso mehr das Tier wächst, umso öfter muss ich es häuten. Und dementsprechend verhält sich das mit der Häutung. Groß oder pauschal würde ich sagen, kümmert euch gar nicht darum, wann und wie oft sie sich häutet. Ihr seht, ihr könnt es natürlich notieren, ihr könnt es aber nicht beeinflussen. Also lasst sie häuten, wenn sie sich häuten will. Daran schließt sich auch die Frage an, darf ich meine Schlange füttern, wenn sie sich häutet. Ich würde sagen generell, wenn ihr es wirklich erkennt, wenn die Augen völlig trüb sind, ihr wisst ganz genau, die ist mitten in der Häutung. Dann würde ich sie nicht füttern, dann lasst ihr sie einfach in Ruhe. Wenn ihr euch nicht sicher seid, bietet dem Tier Futter an. Unter Umständen frisst sie einfach nicht, dann ist es egal. Wenn sie fressen will, dann frisst sie es, dann ist es auch egal. Früher gab es mal das Ammenmärchen, man darf in der Häutung nicht füttern, das wäre gefährlich oder es kann was passieren. Und von wegen die Speiseröhre häutet sich mit, da darf man nicht füttern. Das halte ich für ein Ammenmärchen, also in 25 Jahren Terraristik habe ich nie erlebt, dass einem Tier was passiert ist, auch wenn man es in der Häutung gefüttert hat. Kommen wir noch zu den Krankheiten, sagen wir mal mehr oder weniger häutungsbedingte Krankheiten. Eine Sache, die wir jedes Jahr mit 1, 2, 3 Tieren haben, ist wie jetzt in dem Fall auch. Wir haben ein Jungtier, der steckt mehr oder weniger offensichtlich in der Haut. Häutet sich nicht selber, in dem Fall ist es so ein Zwillingstier, also oft sind es auch diese Zwillingbabys. Also wenn zwei aus einem Ei rauskommen, steckt in der Häutung. Das Ganze ist aber noch so dünn und so fein, man kann dem auch nicht richtig helfen. Wir halten den zwar feucht, wir probieren die zu baden, aber trotzdem kommen sie nicht so richtig aus der Haut raus. Und das Tier selber ist einfach zu klein, als dass man die Haut entfernen kann. Einen richtigen Trick dazu kann ich auch nicht geben. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man damit umgehen soll. Also einfach nur als Phänomen euch zu zeigen, ohne euch wirklich eine gute Lösung anbieten zu können. Das ist eine Sache. Dann gibt es noch solche, wie so unter der Rubrik Stoffwechselkrankheiten. Das ist zumindest so das Terrarianer-Jargon. Zum Beispiel bei einer roten Regenbogenboa erlebt man das relativ oft. Aber ich habe es auch schon bei anderen Boas erlebt. Das ist, wenn die von einem Häutungsvorgang in den nächsten kommen. Bei roten Regenbogenboas liegt es oft am Klima, wenn die nicht feucht genug haben. Oder wenn man sie zum Beispiel von unten heizen tut. Vielleicht sind auch Bakterien unter Umständen zuständig, die sich dann bilden. Wo das Tier dann versucht mit einer neuen Häutung die alte loszuwerden. Es ist dann einfach so, die häuten sich und schon unter der abgestreiften Haut ist die nächste Häutung zu sehen. Oder die sich bildet. Wie gesagt läuft unter der Überrubrik Stoffwechselstörung. Zum Teil kann es eine Hypervitaminose sein. Also zu viel Vitamin A kann solche Häutungsschübe auslösen. Bei Schlangen, Echsen, Schildkröten, bei allen Tieren. Also aufpassen, nicht zu viel Vitamine und vor allem nicht das Vitamin A zufüttern. Dann kann das passieren. Aber wie gesagt, es kann auch durch falsche Haltung wie jetzt im Beispiel der roten Regenbogenboa passieren. Wir haben euch die ganze Zeit Schlangen gezeigt. Auch die Schildkröten häuten sich. Jedes Reptil häutet sich. Die Schildkröte häutet sich natürlich nicht am Panzer, weil das bleibt ja, das bildet ja den Panzer. Aber sie häutet sich an allen Hautteilen. Hier an den Beinen, am Kopf. Also alles was als Haut rausguckt aus dem Panzer häutet sich. In dem Fall auch nicht wie die Schlange so an einem Stück, dass da irgendwie so ein Schildkrötenstrumpf abgeht. Sondern das Ganze ist dann doch viel mehr fetzenhafter. Häutet sich Stück für Stück. Die machen dann auch in dem Sinne nicht so eine richtige Pause wie eine Schlange. Dass sie in der Zeit nichts fressen. Sondern die Häutung geht einiges unbemerkter vor sich. Aber was ich euch zeigen will, dass sie sich eben letztendlich auch natürlich auch häutet wie jedes Reptil. Die meisten Echsen häuten sich auch nicht wie die Schlangen so in einem großen Stück. Vielmehr ist es so bei den, jetzt hier in dem Fall habe ich so einen Stirnlappen-Basilisk. Die fangen auch am Kopf an. Es geht bis zum Schwanz runter. Also wenn ihr hier schaut, hier hinten ist der noch am Häuten. Kopf und so weiter ist alles schon gehäutet. Bis der da hinten am Schwanz fertig ist, geht es meistens am Kopf schon wieder los. Also das sind auch Tiere, wo sich in Anführungsstrichen permanent häuten. Also in dem Fall auch weniger zu berücksichtigen wie jetzt bei einer Schlange. Es geht halt die ganze Zeit dieser Häutungsvorgang vor sich. Ich kann es hier mal noch ein wenig zeigen. Also hier am Schwanz ist noch alte Haut, die man hier auch so ein wenig wegpulen kann. Aber die auch von ganz alleine weg geht. Also ich habe es noch nie gesehen oder erlebt, dass man einer Echse beim Häuten helfen muss. Die machen das von alleine. Und wie gesagt, wenn dann so Hautfetzen rumhängen, wie jetzt hier in dem Fall, ist es egal. Beziehungsweise das ist normal, das ist bei den meisten Echsen so. Eine Ausnahme hier sind die Geckos generell. Hier so ein Leopardgecko. Auch voll in der Häutung, wie wir so sehen. Die häuten sich auch an einem Stück. Also der wird sich jetzt heute Nacht häuten. Hier an der Seite sieht man schon, da gehen schon ein paar Stellen so ein bisschen ab. Der wird sich heute Nacht komplett an einem Stück häuten. Und wird dann morgen wieder wie neu sein. Also die meisten hier so Stück für Stück permanent. Einige, wenige in Anführungsstrichen, vor allem die Geckos auch an einem Stück wie die Schlangen. Ich habe gerade gesagt, dass bei den Echsen muss man eigentlich nicht viel machen bei der Häutung. Das ist nur die halbe Wahrheit. Hier bei dem Chamäleon können wir es ganz gut sehen, wenn die sich häuten. Was in einem dummen Fall passieren kann, ist, dass die Haut am Körper festklebt. Das kann zum einen sein, wenn es zu nass ist. Also manche Leute gehen hin und sprühen dann wahnsinnig. Dann wird die Haut nass und klebt fest. Also gerade bei den Jemen-Chamäleon gibt es das oft, wenn man es zu gut meint. Oder aber auch wenn es zu trocken ist, kann es auch passieren. Wie gesagt, dann geht die Haut nicht richtig ab. Dann bildet sich wie so ein Strumpf, zum Beispiel um das Bein oder um den Schwanz. So ein Strumpf, die Haut trocknet ein, zieht sich zusammen und schnürt dem Tier die Blutversorgung im Bein oder am Schwanz ab. Dadurch kann es dann sein, dass bei den Zehen, auch bei Badergaben, Jungtier oder bei Badergaben allgemein, hat man es oft bei den Zehen. Also die Haut bleibt dran, trocknet aus, zieht sich zusammen, schnürt die Versorgung von dem Gliedmaß ab. Und das Gliedmaß stirbt ab, aus diesem Grund. Oder einfach weil es keine richtige Blutversorgung mehr hat. Also deswegen aufpassen bei den Echsen, dass wenn so Fetzen dranhängen, so wie hier ist das alles noch okay. Das ist alles frisch, aber es darf nichts Altes eintrocknen oder dranhängen bleiben. Wie gesagt, auch bei Badergaben ganz wichtig. Bei den Theus habe ich es schon öfters gesehen oder erlebt, dass Zehen sich nicht richtig häuten. Und dann absterben aus dem Grund. Oft ist das dann, dass die Leute denken, ach was ist denn da passiert, wieso fehlt die Zehe? Hatten die eine Beißerei oder sowas? Nein, die hatten keine Beißerei. Es ist einfach die alte Haut, die das verursacht hat. Wir heißen zwar ReptilTV, aber wir zeigen euch ja auch oft und gern andere Terrarientiere. In dem Fall Spinnentiere. Da ist das auch eine tolle interessante Geschichte, in dem Fall ein Skorpion. Aber bei den Spinnen oder Vogelspinnen ist es genau das gleiche. Wenn die sich häuten, hat man am nächsten Tag mehr oder weniger zwei Tiere im Terrarium. Einmal das Tier selber und zum anderen die Haut von dem Tier, wo wirklich eins zu eins wie das Tier selber aussieht. Natürlich nicht ganz so intensiv farbig, aber am nächsten Tag wirklich zweimal das Tier im Terrarium. Wie gesagt, das ist bei den Skorpionen so, das ist bei Vogelspinnen so. Die häuten sich auch an einem Stück und sieht dann faszinierend aus. Noch eine kleine wichtige Sache bei den Spinnentieren. Sollte man wirklich besonders darauf achten, dass während der Häutungsphase und auch kurz danach, also ein, zwei, drei Tage danach, keine Futtertiere im Terrarium sind. Weil dann sind die Tiere nur weich und empfindlich. Da kann selbst so eine Krille oder ein Heimchen oder irgendwas der Spinne oder dem Skorpion schaden. Weil sie da einfach sich noch nicht wehren können. Also bei denen ist es wirklich besonders wichtig, dass man in der Zeit nicht füttert und dass eben keine Futtertiere im Terrarium drin sind. Ich glaube, keiner kann uns vorwerfen, dass wir aus ReptilTV irgendwelche Werbesendungen machen. Heute will ich es ausnahmsweise mal ein bisschen machen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Sachen richtig cool und lässig finde. Also wir haben ganz neu bei uns in unserem neuen Webshop, hier unten steht er eingeblendet, haben wir so neue Schmucksachen für die Schmuck für den Terrarianer. Also sei es jetzt hier irgendwelche Geckofüße, Chamäleons, Einkaufswagen, Chips sind das, Vogelspinnenanhänger, Schlangenanhänger, jede Menge andere Sachen noch. Ich finde die Sachen wirklich super schön. Da sind nicht irgendwelche so Hauptsache Reptil drauf, sondern ich finde sie sehr schön, sehr geschmackvoll. Deswegen haben wir sie ins Programm genommen, beziehungsweise deswegen will ich sie auch heute ansprechen. Wenn ihr Spaß an solchen Sachen habt, könnt ihr wie gesagt bei uns im Onlineshop bestellen. Ansonsten bleibt mir treu und checkt nicht nur meinen Schmuck, sondern vor allem meine Bars und checkt unsere Häute. Also ich würde sagen, wenn es jetzt ein Mensch wäre, dann hieß er HJG. So langer Körper, hier bisschen mehr wie hier. Unser Thema heute ist die Häutung der Reptilien. Und jetzt noch hier zu meinem, jetzt ist der Übergang sonst. Aus wie gehäutet, also die Farben sind eigentlich wieder kräftig, das Gelb ist wieder kräftig. Die Augen, ok, jetzt kotet er noch, der Kollege, schade. Die Augen sind schon wieder... Also der Nebendarsteller, die Nebenrolle musste mal kurz pipi, wir unterbrechen mal kurz. Gestülpt, wie so ein umgedrehter Handschuh oder wie so ein... Ich sag jetzt nicht, was ich sagen will. Ähm... Können wir das bringen? Können wir bringen? Nein, jetzt können wir es schon immer bringen, gell? Nein, jetzt bringen wir es in der Outtakes. Jetzt bringen wir es in der Outtakes. Ähm... Vielleicht beißt sie ja, gell? Mach schon mal an. Ich glaub, sie beißt die Kamera ein. Ende.